Netzwerken wird dir die Türe öffnen, doch durch die Türe durchgehen musst du immer noch selber. Es gibt so unheimlich viele Verkaufstrainer und alle haben gute Ideen. Wer hat denn da noch die Übersicht? In diesem Workshop passen wir die besten Abschlusstechniken zusammen und tauschen uns darüber aus, was für uns wirklich funktioniert. Auch hier bekommst du nur das Beste vom Besten. In diesem Workshop hast du den Output wie ansonsten nach einem dreitägigen Seminar. Mit diesen Techniken bist du als Netzwerker perfekt.